Nächster Run von weiß ich nicht wie vielen eine gute Evil Nun Run Zeit aufzustellen. Weil die ist dann ja da beziehungsweise nicht das ist sehr gut das ist jetzt sehr gut gerade der Besen ist da, gib mir. Oh ok 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 come on come on come on oh let's go sub one minute let's go let's go sub one minute nicht so gut wie meine topzeit aber Gott, war die Zeit gut. Oh mein Gott. 58 Sekunden. Nein, ich bewerte euch das Spiel nicht. Das ist mir meine Bestzeit. Wenn ich hier auf Trophys gucke, das ist eine Minute 20 für extrem gut getan. 56 Sekunden. Ich bin recht gut in Event-On-Speed-Running. Danke fürs Zuschauen. Das heißt, ein kurzer Ablauf zwischendurch. Irgendwann kommt ein richtiges Video am Stream, weiß ich nicht. Und dann sehen wir uns dann, denke ich mal.